Der Sommer ist da. Schatten muss her. Ein Sonnensegel von Sonnenmax ist die Lösung. Das Bestellen mit dem Sonnensegel-Konfigurator ist zwar kinderleicht, aber wie ermittelt man die richtige Größe? Zunächst muss Max überlegen, welche Befestigungspunkte möglich sind. Bei einem Viereck-Sonnensegel kann dies zum Beispiel mit zwei Befestigungspunkten an einer Hauswand und mit zwei Befestigungspunkten an freistehenden Masten montiert werden. Wichtig ist bei der Ermittlung der Maße, dass zunächst alle Befestigungspunkte vorhanden und bereits mit entsprechendem Zubehör montiert sind. Wir empfehlen mindestens zwei spannbare Befestigungsmaterialien wie Wandenspanner zu installieren. Dies ergibt Raum für Toleranzen. Max kommt da eine Idee. Er empfiehlt eine Kordel durch das gesamte Befestigungsmaterial zu spannen. So richtet sich dieses auf und es entstehen die Konturen des zukünftigen Sonnensegels. Anhand dieser entstandenen Konturen kann Max nun die einzelnen Maße ermitteln. Zum Messen empfiehlt er ein Lasermessgerät, möglich wäre aber auch ein Zollstock. Max gibt die Maße in den Konfigurator ein. Klick und fertig. Nun liefern wir das Sonnensegel bequem nach Hause und Max braucht es nur noch einzuhängen und stramm zu ziehen. Ein perfekter Schattenplatz an heißen Tagen mit Sonnenmax. H Vielen Dank.